Wer kann im Jahr 2023 noch abschlagsfrei in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe mal anhand von zwei Altersrentenarten und der Rente wegen Erwerbsminderung, ja Sie hören genau richtig, mal ausgerechnet und mal errechnet, welche Geburtsjahrgänge im Jahr 2023 und bei der EM-Rente unter welchen Voraussetzungen ich im Jahr 2023 abschlagsfrei eine Rente wegen Erwerbsminderung erhalten kann oder gegebenenfalls dann eine Altersrente abschlagsfrei erhalten kann. Und gehen wir einfach mal ganz klar gleich in die Übersicht rein, die ich hier entwickelt habe. Und zwar, ich mache das mal ein bisschen größer, dass Sie es vielleicht ein bisschen besser sehen können. Ja, so ist es. Starten wir einfach mal mit der Regelaltersrente. Die Regelaltersrente im Jahr 2023, das ist von den Geburtsjahrgängen her geregelt im Paragraf 235 SGB VI. Da gibt es eine Liste, eine Tabelle, da kann man reinschauen und da geht es um die Geburtsjahrgänge 1957. Das heißt also, diejenigen, die im Jahr 2023 das 65. Lebensjahr plus 11 Kalendermonate vollendet haben können, ich sage das jetzt mal so ganz pauschal, in die Regelaltersrente im Jahr 2023 gehen. Aber aufgepasst, nicht jeder Geburtsjahrgang im Jahr 2023 kann tatsächlich, nicht jeder Geburtsjahrgang 1957 kann tatsächlich im Jahr 2023 in Rente gehen. Denn wer am 01.01.1957 geboren wurde, kann mit Vollendung 65 Jahre plus 11 Kalendermonate erstmals am 01.12.2022 in diese Altersrente gehen oder diese Altersrente beanspruchen. Das heißt also, wir müssen einen Tag später gucken, der Geburtsjahrgang 02.01.57, der kann dann das erste Mal zum 01.01.2023 in die Regelaltersrente gehen. Also diese dann dort auch beantragen oder hätte sie schon beantragen können. Das werden wahrscheinlich dann die meisten auch schon gemacht haben. Das heißt also, alle diejenigen Versicherten, die nach dem 01.01.1957 geboren wurden, also am 02.01.1957 dann und später, da gibt es auch wieder eine Grenze, die können dann sozusagen am 01.01. die Regelaltersrente bekommen. Der letzte Geburtsjahrgang wäre der 31.12.1957. Ich habe hier noch einen kleinen Schreibfehler drin, nicht 2025, sondern 1957. Und das ist der letzte Geburtsjahrgang für das Jahr 2023. Und der kann dann zum 01.12.2023 die Rente bekommen. Wer am 01.01.1958 geboren wurde, der bekommt die Regelaltersrente erstmals am 01.01.2024 ausgezahlt. Also hier bitte nochmal aufpassen, das soll nicht 2025 heißen, sondern das soll heißen 31.12.1957. Kleiner Schreibfehler. Geburtsjahrgänge vor dem 02.01.1957 können jederzeit im Jahr 2023 die Rente beantragen, weil sie schon ihr Lebensalter für die Regelaltersgrenze erreicht haben. Das heißt also, wer 56, 54, 55, 53 geboren wurde und noch keine Rente beantragt hat, kann diese Regelaltersrente selbstverständlich dann entsprechend im Jahr 2023 beantragen. Aber bitte passen Sie auf, wenn Sie die Rente zum Beispiel am 02.12. beantragen, genau an diesem Tag, oder andersrum, wenn Sie die am 02.12. beantragen, unter dieser Konstellation fängt die natürlich am 01.12. an, weil Sie leider verspätet die Rente beantragt haben. Wenn Sie aber am 01.01.2024 die Rente beantragen, beginnt sie auch erst am 01.01.2024, wenn Sie also vor dem 02.01.1957 geboren wurden. Gehen wir jetzt in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die ist geregelt unter anderem in § 236b. Da gibt es auch wieder eine Liste von entsprechenden Lebensaltern, wo man also sozusagen in Rente gehen kann. Und zwar liegt die Antwort, wer im Jahr 2023 in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen kann. Das ist die mit den 45 Jahren Wartezeit. Die Antwort liegt genau zwischen den Geburtsjahrgängen 1958 und 1959. Die Geburtsjahrgänge 1959 können mit glatt Vollendung 64, 64 des Lebensjahren Rente gehen. Die Geburtsjahrgänge 1958 mit 64 Jahren und die Geburtsjahrgänge 1959 mit 64 Jahren und zwei Kalendermonaten. So, schauen wir uns das mal an. Wer am 01.12.1958 geboren wurde, dessen Altersrente für besonders langjährig Versicherte beginnt am 01.12.1922. Wenn der aber einen Tag später geboren wurde, also am 02.12.1958, dann ist der Rentenbeginn der 01.01.2023. Das heißt also, der Geburtsjahrgang ab dem 02.12.1958 ist der finale Geburtsjahrgang, der zum 01.01.2023 diese Rente hätte erreichen können. Wenn er sie denn beantragt hat, vielleicht beantragt er sie ja auch am 01.12.2023, dann kriegt er sie auch erst ab dem 01.12.2023 gezahlt. Meine Damen und Herren, merken Sie sich bitte auch eines. Bei solchen Konstellationen, es beginnt immer die Rente am Anfang des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Rente erfüllt waren. Das heißt also, wenn der Geburtsjahrgang 02.12.1958 hier geboren wurde, liegt dann der Rentenbeginn beim 01.01.2023, weil die Voraussetzungen erst zu diesem Zeitpunkt gegeben sind. Der Rentenbeginn 01.10. oder der Geburtsjahrgang 01.10.1959, dessen Rente beginnt mit 64 Jahren und zwei Kalendermonaten. Ja, ich habe es hier oben nochmal stehen. Damit also beim Geburtsjahrgang 01.10.1959 beginnt die Rente am 01.12.2023. Wenn unser Versicherter oder die Versicherte am 02.12.1959 geboren wurde, dann springt der Rentenbeginn wieder auf den 01.01.2024. Das heißt also, im Ergebnis im Jahr 2023 können alle Geburtsjahrgänge von 02.12.1958 bis einschließlich 01.10.2023, also diese Geburtsjahrgänge hier, ja. Oh, was macht der hier? Der will uns also gar nicht glücklich machen. So, können einschließlich Geburtsjahrgänge bis zum 01.10.2023 die Rente im Jahr 2023 bekommen. So ist die Rechtslage. Meine Damen und Herren, und jetzt auch mal was für die Rentnerinnen und Rentner oder die zukünftigen Rentnerinnen und Rentner, die eine Rente wegen Erwerbsminderung in Anspruch nehmen möchten. Die Rente wegen Erwerbsminderung ist aller Unkünzt trotz auch im Jahr 2023 abschlagsfrei möglich, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und der abschlagsfreie Beginn der Rente ist im Gesetz in § 77 wie folgt geregelt. Wenn die Rente nach Ablauf des Monats, in dem der Versicherte das 65. Lebensjahr vollendet hat, beginnt, bekommt er sie abschlagsfrei. Da spielt es keine Rolle, ob Sie 40 Jahre Wartezeiten haben oder 35 Jahre Wartezeiten, sondern Sie müssen einfach nur 5 Jahre Wartezeit nachweisen und Sie müssen in den letzten 5 Jahren vor Beginn des Leistungsfalls 36 Kalendermonate Pflichtbeitragszeiten, die sogenannte 3 Fünftelbelegung nachweisen können. Beispiel, wer am 20.08.1958 geboren wurde, der vollendet am 19.08.2023 das 65. Lebensjahr. Ja, ganz einfache Kiste. So, Rentenbeginn der EM-Rente ist der 1.09.2023, kein Abschlag. Wenn, also der Bezug der EM-Rente wäre dann für unseren Versicherten maximal bis zum 30. oder 31.08.2024 möglich, weil am 1.09. dann die Regelaltersrente beginnt. Das heißt, wenn der keinen Rentenantrag stellt, würde automatisch die EM-Rente als Regelaltersrente weitergezahlt werden. Das ist eine Ausnahme vom sogenannten Antragszwang bei der gesetzlichen Rente. Meine Damen und Herren, von dieser Regelung mit den 65 Jahren, ja, ja, ich zeige es nochmal, gibt es eine Ausnahme, und zwar einen Vertrauensschutz, abschlagsfreier Beginn, sogar mit 63 möglich. Also wer das 63. Lebensjahr bei Beginn der Rente vollendet hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch diese Rente dann tatsächlich mit Vollendung des 63. Lebensjahres abschlagsfrei bekommen. Schauen wir uns das mal an. Wenn im Zeitpunkt des Beginns der EM-Rente die Wartezeit 40 Jahre vorliegt, die als Wartezeit auch für, unter anderem auch für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gilt, dann ist ein abschlagsfreier Beginn mit Vollendung des 63. Lebensjahres möglich. So sagt es uns § 77 Absatz 4 SGB VI. Aus 65 wird dann 63. Meine Damen und Herren, das ist eine Regelung, die grundsätzlich seit 2007 so gilt. Das heißt also, an dieser Regelung wird sich auch aktuell nichts ändern. Ich habe mal ein Beispiel gemacht. Wer am 20.08.1960 geboren wurde, der vollendet am 19.08.2023 sein 63. Lebensjahr. Ganz klar. Die volle Erwerbsminderung liegt seit dem 15.08. aufgrund einer Reha-Maßnahme und Reha-Entlassungsbericht dann vor. Es liegen auch zu diesem Zeitpunkt die Wartezeit der 40 Jahre vor. Rentenbeginn wäre der 1.09.2023. kein Abschlag. So sagt es uns § 77 Absatz 4 SGB VI. Meine Damen und Herren, von dieser grundsätzlichen Vertrauensschutzregelung mit den 40 Jahren gibt es wiederum eine Sonderregelung im § 264 D SGB VI, der als Ausnahme für die 40 Jahre nach § 77 Absatz 4 gilt. Da gibt es Tabellenwerte. Da sagt diese Regelung, dass hier nur 35 Jahre Wartezeit an Wartezeitmonaten, die auch wiederum der Altersrente, der Wartezeit für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte entspricht, vorliegen müssen. Das Kernproblem bei dieser Regelung, die ich hier gerade angesprochen habe, dieser weitere Vertrauensschutz ist, dass diese Regelung grundsätzlich bei Rentenbeginn bis zum 31.12.2023 gilt. Sie läuft ab dem 31.12.2023 de facto aus. Die wird es dann zum 01.01.2024 nicht mehr geben. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, mit ein paar kleinen sprachlichen oder Darstellungsfehlern habe ich Ihnen das jetzt mal näher gebracht, dass der Rentenbeginn für zwei Altersrentenarten in Deutschland und für die Erwerbsminderungsrente im Jahr 2023 abschlagsfrei möglich ist. Selbstverständlich können Sie auch abschlagsfrei im Jahr 2023 in die Altersrente für langjährig Versicherte oder Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Aber das wollte ich hier mal so nicht darstellen. Näheres zum Thema abschlagsfreier Beginn einer Rente oder EM-Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Bitte schauen Sie da unter dem Stichwort Zugangsfaktor mal nach. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.